Und alle sind tot. Wenn das Spiel hat nach dieser doch... Oh oh. Nach dieser vergleichsweise einfachen... Äh... Au! Nach dieser vergleichsweise einfachen Wackeln-Mission einiges wieder wettzumachen an Gemeinheiten. Das glaube ich jedenfalls. Und das wird es auch irgendwann tun. Ja, yo. Na komm. Au! Da ist ganz schlecht, ganz schlecht. Da... Müssen wir aber später nochmal unter vier Augen rüber reden. Über diese Performance. So! Und sie laufen in ihr eigenes Leuchtfeuer. Nicht besser verdient haben sie es jetzt. Und der letzte. Da. Jetzt komm, kriege ich eine Unterbrechung. Yo! Schön. Hm. Na wenigstens etwas. Zack! Oh, da ist doch noch einer übrig. Oder... Ne, der ist Dai. Also einer ist noch übrig. Oh, das ist irgendwas Fünftes fallen. WG3. Ah! Oh, einer von den angeschlagenen Halbtoten. Ja gut, dass das nicht geklappt hat, da muss ich mich nicht drüber wundern. Was? Ja. Ja. Spotten wir den dann bald mal? Das ist mir jetzt gerade vollkommen unverständlich. Wie diese Geschichten hier zusammenkommen. Oh. So. Und... Arschloch! Ist noch welche übrig? Wir haben unverteiltes Geschäftsverarbeitet in diesem Sektor. Yo! Ich habe mich verletzt. Ähm... Ich habe etwas verletzt. Ich habe etwas verletzt. Was ist das da? Ich habe etwas verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Was ist das da? Yo! Ich habe einen Senfgas. Das kann man eigentlich gebrauchen. Ich hätte das Senfgas vorhin eigentlich auch schon mitnehmen sollen. So gesehen. Wie man ist hier dann auch noch irgendein Halbverletzter in der Dunkelheit umgammelt. 29. Ist ja noch sehr gut Rüstung geworden, die ich hier trage. Arschloch. Nice. Jetzt ist mir eigentlich schon fast auch egal. They're all out of their misery. Though I wouldn't mind killing another one. Ist ja... Ist ja etwas dabei. Irgendwas tolles. Nein, natürlich nicht. Wer hätte damit gerechnet. Hm... Aber jetzt kann man noch ein bisschen Munition abgreifen. Schupp. Schupp. Ähm... Und die Senfgasgranate. Zack. Alle wieder in den Truck. Und weiter geht's. Ja, wir sind doch schon ganz gut unterwegs, glaube ich. Also, das können wir ja wissen. Squad 1. Dass hier Squad 1 nicht geht. Dann. Okay, ab. So. Ähm... Nochmal kurz alles zusammenflicken. Das ist, glaube ich, relativ wichtig gerade. Hm... Doktor. Und wer es braucht? Patient. Ich sage, es braucht Patient. Weiß ich ebenfalls. Ähm... Ja... Dann... ...würde ich sagen, würde ich noch kurz... ...ähm... ...meine Leute etwas zusammenflicken. Und... ...wir essen hier ganz gut... ...mit solchen Sachen... ...ähm... ...ja, Gaskit... ...und... ...Mad Dog. Ich gehe ihn kurz nochmal da hin... ...und werden... ...repair-Items... ...werden die Sachen, die wir hier mit... ...rumschleppen, reparieren. Wer kriegt noch die... ...zweite Rüstung? Ist auch eine entscheidende Frage. Ich würde sagen... ...Granti. Grranti kriegt die. Die wird ebenfalls... ...jellifiziert. Zack. Und muss jetzt nur noch repariert werden. Ähm... ...das ist mit der Munition auf sich... ...ist nicht mehr ganz viel da. Schwupp. Schwupp. Und... ...einhalb ist noch. Zack. Bei den anderen ist alles okay... ...mit dem Munitionsvorrat. Da kann ich gerade... ...wie ich dann am besten hinkomme. Ich glaube, ich muss... Ja, da muss ich zu Fuß hin latschen. Ich bin befreit. So, das ist auch erledigt. Da müssen wir nur eine ganz kleine Weile warten, bis hier Eiswirt zusammengeflickt ist. Ich müsste jetzt schlafen. Was soll ich jetzt schlafen? Was ist denn, Mann? Ich muss mal alle ein bisschen ausruhen. Wo ist denn ein Spider? Da. Ich kann dieses Ding hier wieder wegpacken. Wir müssen halt noch kurz... Ich würde sagen, wir warten noch bis zum nächsten Tag, bis die ganzen Sachen vernünftig repariert sind. Beziehungsweise nicht. Auf jeden Fall, dass der ganze Scheiß halt an der Masse zusammengeflickt ist. Frank, bannst du nochmal nach, ob sie nochmal kommen will? Nein. Ich hab's ja eigentlich gemocht, aber... Naja. Man kann nicht alles haben. Glaube ich. Wie sieht's hier mit den Rüstungen aus? Eher schlecht. Ja, ich weiß. Ist aber auch egal jetzt. Hm. Ja, ist mir jetzt egal. Sollen sich mal auf den Bild machen. Na? Schwupp. Schwupp. Ja, halt die Fresse. Was ihr wollt? Lass einfach es hier. Ich glaube, sie hat gar nichts dabei. Das liegt mir noch rum. Au, wir kriegen ja ein bisschen Geld. Wir haben die Krankenversicherung für sie zurückgekommen. Da freue ich mich natürlich wahnsinnig drüber. Tschuck, tschuck, tschuck. Okay, aber... Kurz noch, ähm, bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Oder ich überlege gerade... Ich glaube, ich greife lieber wieder von oben an. Das hat beim letzten Mal eigentlich ganz gut geklappt. Muss ich sagen. So, insofern, äh, warte ich da kurz noch ab. Bis... Ein Uhr, würde ich sagen. Und, ähm... Es müssten eigentlich alle genügend Ausgewut sein. Und wir greifen die Samzeit an. Ach, hier stehen nur fünf Leute rum. Wie langweilig. Das hätte ich ja zehnmal so erledigen können. Ich kann ja schon fast direkt über den Haupteingang gehen. Also, vielleicht läuft jetzt ein Buch einer rein. Oder so. Beziehungsweise, ähm... Ich werde mal Eis hier mal ein Loch reinmachen, noch den Nebeneingang aufbauen. Das ist, glaube ich, auf lange Sicht, gar nicht so unpraktisch zu haben. Das ist nicht, Snipp, Snipp. Vielleicht, ja, da ist noch eins. Die jungen Leute sind hier. Zeit für sie, um Probleme zu essen. Bereit? Vielleicht können wir uns sparen. Ab jetzt. Zack. Nummer eins. Bingo! Stand bei. Sighting. Ja. Erste Runde zwei Gegner erledigen. Ist gar nicht so schlecht. Sind bra nicht so schlecht. Bingo! Du bist. Ja. So,- Sighting. Aber Bingo! Okay, flavour were du bei dir.